Hallo Leute, wie ihr sehen könnt habe ich hier einen großen Steinwürfel, also es ist ein echter Würfel, ziemlich groß, also zum Spielen würde ich den besser an eurer Stelle nicht nehmen, wenn ihr auch so einen habt, man könnte es aber, würde viel Krach machen und ich weiß auch nicht, ob es für den Tisch so gut ist, also das ist ein ganz großer Steinwürfel und wie auch bei jedem anderen Spielwürfel ergibt die gegenüberliegenden Zahl immer 7, also hier ist dann die 4 und wenn ich ihn umdrehe, die 3 und ist ein richtig toller Würfel, ist aber auch ordentlich schwer, muss ich dazu sagen, richtig tolle Sache, dann hatte ich glaube ich mal vor ewig kein auf irgendeiner Steiner Messe in Freiburg auf einer Steinbörse gekauft, also richtig toll und er wiegt ordentlich, also ich weiß zwar nicht wie viel genau, aber es ist ordentlich was in der Hand und ja, es ist echt mal ein XXL Format an Würfeln, das wollte ich euch mal zeigen und damit, ciao, ciao und tschüss, euer Thomas.